Hallihallo meine lieben Tourenfreunde und willkommen zu diesem neuen Video in meiner Tourenwelt. Heute mache ich ein Ziel an von Rollstuhlfahrern und ich hoffe, ihr habt bei dem Video sehr viel Spaß, weil ich bin jetzt zum ersten Mal bei so einem Ding, da kann man immer so mit Skateboard oder so. Ich kann es jetzt einmal noch mal rumdrehen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video und dann würde ich auch mal sagen, los geht's! Der Angsthase. Penny, komm zu dir! Das Kind. Mama, guck mal! Guck mal, Mama, ich kenn das! Ich hab meine Drehung geschafft! Didi denkt, dass sie alles Karnevamsüchkeits sieht, es sieht nicht so aus, wie sie denkt, wie es aussieht. Ich spreche auch noch was, ich weißte's doch auch nicht, es sieht nicht so aus, wie es sich da zu sehenvos bei mir ist. Das Sły Internet macht es nicht so aus, ich kann es Potteren друз0. Guck mal, Mama, Grafik. Guck mal, Mama, binain. Guck mal, Mama, ich mach mal, Mama. ια Mama. Wir lieben im Mund, alsもの adventur. Guck mal, Mama, ich esse nicht so aus. Ich kann ihnkt e'll. Mach mal, Sedell angeht. Das Christoph, ist uns gut, wo schon sagen die Videoboxer coated sind wie sie. Das ist ein Tier. Die, die neue Rollschuhe hat. Ihr seid so schön, ihr seid so schön. Oh nein, da ist ein Fleck. Die Tournerin. 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 Der Assi. die die eigentlich gar keine rollschuhe haben das waren die zehn arten von rollstuhlfahrern und schreibt gerne die kommentare ob ich die zehn arten videos von mir gefallen wenn ja dann schreibt auch gerne noch ideen in die kommentare was ich noch für zehn arten videos machen könnte und wenn ich das video gefallen hat dann zeigt es doch bestimmt einem daumen nach oben dann würden wir auch mal sagen bis zum nächsten video ja Vielen Dank. Vielen Dank.